Hallöchen, herzlich willkommen, da sind wir wieder zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 5, The Phantom Pain. Mein Name ist Franconia, danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich möchte mich schon mal entschuldigen, meine Stimme ist noch nicht die beste. Aber der Franconia hat Bock, der Franconia hat Bock Metal Gear Solid zu spielen da. Und das machen wir heute, Mission 29, Entschuldigung, Mission 29 vielleicht. Das heißt, vielleicht ganz bestimmt. Oh, scheiße, geht das schon wieder los, ey. Geht das schon wieder los, jetzt ist es mal. Ich hab mir schon überlegt, was ist eigentlich mit dem Ding? Bringt das eigentlich was? Geil, das bringt was, oder? Nein! Oh, fuck. Nein, jetzt ist das Ding kaputt, ne? Scheiße. Oh, fuck. Okay, es hat nicht geklappt. Es hat nicht geklappt, dann gehen wir woanders hin, hat er gewarnt. Gehen wir, scheiße. Fuck, 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 fuck. Okay, dieses Raketenscheiß, das bringt nichts. Ich hab eine liebe Kollegin von mir gefragt, was man da am besten machen kann, oder wie man es am besten machen kann. So, erstmal hier runter. So, jetzt muss es wieder klappen. Wo sind die? Ui, 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 ui. Geh mal hier runter. Na, von hier können sie mich wenigstens noch drücken. Ich glaube, ich habe eindeutig die falsche Waffe. Nein! Schnell runter hier, schnell runter hier, Snake. Aber es hat ganz gut geklappt mit dem jetzt, ne? Kommen die auch hoch, scheiße. Jetzt kommt das nächste. Zum Glück schellt die hier auf. Nein. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Okay, die kommen eigentlich nicht hier hoch, ne? Fuck, 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 erstmal nachladen hier. Hier oben bin ich wenigstens geschützt von denen Dinger. Nein. Nein, Frankonia. Frankonia, Frankonia, nauf mit dir, komm schon. Nein. Aber jetzt weiß ich es, jetzt weiß ich es. Aber ich brauche andere Waffen. Ich brauche andere Waffen, darum gehe ich mal hier zurück. Ich sage, der Missionsvorschritt wird abgebucht. Deswegen gehe ich mal hier zurück. Aber es hat nicht mal so schlecht ausgeschaut, ne? So 50% auf Snake. Das wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht schaffen würden, ey. So, metallische Archeen. Wir rüsten uns natürlich aus, die Hauptwaffe. Das können wir hier nehmen eigentlich. MG vielleicht. Ja, komm, nehmen wir das MG. Da haben wir, was haben wir hier? Wir brauchen das Stärkste, was geht. Das haben wir aktuell, glaube ich. Jo, wir haben das Stärkste, was geht. Nebenwaffe. Der riecht natürlich auch das Stärkste, was geht, Freunde. Die Urban. Hey, willst du mich verarschen? Diese Pistole... ...macht mehr Schaden als der Revolver. Super, war echt schiefgelaufen, ey. Wir nehmen die Urban. Ja, effektive Reichweite bringt ja eigentlich alles nix, ne? Halt, hier haben wir noch was, Junge. Stufe 4, ja. Wir haben ja auch das Beste vom Besten. Sehr schön, wir starten die Mission neu. Natürlich aktuelle Zeit. Und ich hoffe, wir schaffen es. Das ist eigentlich ein ganz guter Tipp. Danke an Chrissy. Die hat gesagt, ich soll mich verstecken. Klappt doch ganz gut. So. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schauen wir es uns natürlich nochmal an. Diese Videosequenz. Okay. Falls ahead! Es sind sie. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Snick, can you hear me? Are you okay? It looks like you're surrounded by mist. The support chopper can't get close to your position right now. Hurry, they are coming. Oh, come on. 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 We are their quarry. Fuck, boys. Jetzt gibt's auch ne aufs Maul, hat er gemeint. Jetzt gibt's auch ne aufs Maul, hat er gemeint. Jetzt gibt's auch ne richtig aufs Maul, da. Okay, das war Plan A. Ach, und jetzt nix wie welche, jetzt nix wie welche, jetzt gibt's auch, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hätte es vielleicht lassen sollen, ne? Und jetzt kann ich wenigstens ein wenig schneller rennen hier. So, hallo, noch mal zurück. Ach, warte, warte, jetzt habe ich aber meine MG. Ich hoffe, das hat jetzt ein wenig mehr Durchschlagskraft. Na komm, Snack, geh halt na auf, ey. Ach, ich fällt schon wieder, ey, ich fällt schon wieder. So, jetzt gibt's eine auf die Fresse. Wo seid ihr Arschlöcke? Jetzt werden da ein paar Roundhouse-Kicks verteilt. Ihr Penner. So, komm auf. Frank, ich hab ja nicht den ganzen Tag Zeit und ich muss schon gleich gar nicht. Okay, okay, okay. Na komm schon. Wo sind die jetzt? Wo sind die noch, oder? Sieht nicht so aus, ich trau mich aber jetzt auch schon nicht nach oben zu gucken. Die schießen hier auf was? Na, wenigstens habe ich jetzt einen markiert. Auf was schießen die Sachen mal. Na. Vielleicht soll ich einfach mal so schießen. Hat er jetzt was mitgekriegt. Jetzt hat er da. Jetzt hat er da kommen die Affen. Uiuiuiuiui. Erster zerschellt. Zweiter zerschellt. Sehr schön. Mann, wo seid ihr? Uiuiuiuiuiui. Edgy, bitch. Scheiße, 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 da noch mal rum im Sack. So, mein Lieber. Mein Lieber Herr, die Sacksverein. Okay, ich bleib mal hier unten. Erstmal warten, bis ich hier wieder gesund bin. Ich lad hier mal nach. So. Ja, da passiert nix, ihr Idioten. Fuck. Ja, mit dem habe ich von da gar nicht gerechnet, ne? Ich gehe mal hier weg. Okay, den einen habe ich aber schon gut, ne? Beieinander hier. Schön mit Blei hier volljagen. Erstmal nachladen, hier gepflegt. Uiuiuiuiui, was war denn das? Bam, bam. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Sehr schön, Freunde. Nachladen, komm schon. Snake, nachladen. Nein. Nein. Jetzt soll er nachladen. Oh, fuck. Kann ich hier was senden? Uiuiuiuiuiuiuiui. Mal ganz ruhig mit den jungen Pferden hier. Ganz ruhig. Es tut mir. Mal ganz ruhig. Mal ganz ruhig. Mal ganz ruhig. So Du sagst ja Nein, mach ich schon Wo sind wir jetzt hin? Uh oh Uh oh Na macht mal ihr Idioten So Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon Für den Splido Penner Der Nachschub, Nebenwaffe, schieß nicht tot Jetzt ist die Frage, lebt der? Jetzt gibt's eine hier aufs Maul Jetzt gibt's ja eine richtig aufs Maul, ne? Rauf mit dir, komm Snake, auf Wo sind die anderen? Das ist halt scheiße, ich muss halt die anderen beiden nachfinden Wo sind die beiden anderen? Komm schon Komm schon Ich werde mal nachladen hier So Na komm schon, ist das alles? Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui So, Freunde der Sonne. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Okay, Baby, nachladen, nachladen. Schnell hier wegkrabbeln, so ist er explodiert hier. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Fritzbleibung Schwein! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, nachladen, yeah yeah yeah. Hier Shadow neutralisiert alle. Alle. Eins, zwei. Yeah. Wieso kann ich die nicht? Wieso kann ich die nicht? Scheiße, Scheiße, wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ich hätte gern mitnehmen, also man kann sie mitnehmen, ne? Aber ich kann sie wahrscheinlich doch nicht mitnehmen. Also man kann sie mitnehmen, vielleicht kann ich da so spezial, wie bei den Kindern. Entschuldigung, dass ich jetzt so viel rede, ich bin total aufgekratzt. Entschuldige, dass ich jetzt auch wenig geredet habe. Aber, das ist schon Anspannung, ne? Wenn du da hier diese übelsten Viecher hast, kann ich dann die Zombie-Dinge mitnehmen? Ich nehme die mal mit. Vielleicht können wir da was Besseres herausfinden. So, Freunde der Sonne. Ansonsten haben wir ja alles soweit. Hier können wir noch was mitnehmen. Vielleicht können wir auch aus der Krankheit noch ein bisschen mehr, dass wir da ein gutes Gegenmittel haben. Okay, Piquot. Ähm, wir sind da. Ähm, ja, dich nehmen wir natürlich mit. Komm, alter Mann. Nichts wie weg hier, ey. Piquot, kommst du runter? Jetzt. Unsterblich, yo. Drei von vier Missionsziele erreicht. Entschuldige. Ich bin gespannt, was wir alles bekommen haben, bzw. was wir nicht bekommen haben. Parasitenanzug. Mission complete. Great work. Und B, immerhin, 18 Minuten. Sehr schön. Freut mich. Freut mich. Insgesamt 452.000. Damit bekommen wir 229.000. Hieronymus gestiegen auf 124.425. Jetzt können wir so ein Parasitenanzug, wie ich vorhin gelesen habe, können wir entwickeln. Machen wir es sofort. Machen wir es sofort, Freunde. Ich weiß nicht, kommt jetzt hier noch eine Sequenz? Ich denke mal, vielleicht schon, oder? Ich weiß nicht, ich bin gespannt. Schalfes ist nicht mehr in Afrika. Der Nucleer Test war ein Erfolg. Jetzt haben sie die Knöse auf mich gelegt. Die Satelliten haben keine Testen gesehen. Sie haben auch Seismometern gemacht. Der Nucleer Test war fünf Jahre vor. In der Osten Süden. Der Nucleer Test war das Gegenteil. Der Nucleer Test war das Gegenteil. Der Nucleer Test war das Gegenteil. Denkst du das? Das Wissen? Er fängt an, um die Nukleer zu verkaufen zu verkaufen, die er unterteilt die Kontrolle von. Es ist nicht wie Hawken's kleine Arme zu den Militien. Wahrscheinlich. Er fängt an, um die Detektion zu verhindern, indem er exportiert mineralen, mit kleinem Ausbruch, in der Form von Metallica Archaea zu erzeugen. und Schnellfeier, und die Schnellfeier zu verabschieden. Auf die All-Terrain-Bipedal-Machines. Sie verabschieden, dass jeder Land, die Arme-Gruppen, sogar die kleinsten Terroristen, die sich ein nüclerer Macht werden kann. Bipedal. Das ist das, was sie brauchen, Huey. Ein Nukes-Business, um die Arme-Business zu verabschieden. Und Skullface, der Markt ist. Die Atmosphäre des Nukes, überall und überall. Deterenten auf alle Seiten. Das ist das, warum er eine Non-Detonation test macht. Ja. Eine Metallica Archea, die die Kritikale-Generator-Machines zu verabschieden. Wenn er sicherlich ist, nur er kontrolliert. Die Ange-Business, die die Ange-Business zu verabschieden können, wenn er wählt, egal ob die, die sie behältst, oder die Ange-Business zu verwenden. Nukes. Untertitel von einem Mann, nicht einem Land. Wenn sie sich verabschieden, die Nukes konvertrennenden Verabschieden verlieren. Politische, militärische und Wirtschaft. Die zwei Superpowers... ...bekommen powerless. Ah ja, ja, jetzt will der hier doch... Oh, Stimmbandparasiten 1. Und metallische Archeen. Ich denke, das sind die Typen. Haben wir bekommen? Yes. Sammelobjekte heilen. Sammelobjekt erhalten. Schädelmachete. Cool. Emblemteil erhalten. Code Talker Skulls. Yes. The R&D and medical teams have come up with a proposal for a new suit that applies Code Talkers research. The Parasite Suit. Apparently it can recreate some of the skulls unusual abilities. But in order to use those abilities, it needs parasites. If you want to wear this suit, you're gonna need to get a hold of parasites by extracting skulls. Oh, willst du mich verarschen? Jetzt müssen wir solche Schädel rausholen. So Elite-Soldaten. A++ haben wir bekommen. Einen. Zwei sogar. Fertigkeit. Na ja, harter Kerl. Das ist natürlich immer wieder gut. Aber der Rest eigentlich Durchschnitt. Und wisst ihr, was mir auffallend ist? Wir müssen echt dringend unsere MG wegen unserer wichtig schweren Waffen, dass wir die mal ein bisschen modifizieren. Denn ich denke, wenn wir die MG ein bisschen besser modifiziert hätten, dann hätten wir es viel schneller geschafft auch. Hier kann ich jetzt solche Schädel rausholen. Die haben jetzt da nichts gesagt. Dass da jetzt was freigeschalten ist. Aber den Anzug würde ich gerne freischalten. Beziehungsweise würde ich gerne entwickeln. Und MG jetzt noch. Ich denke, das werden wir aber alles in der nächsten Folge machen. Wir müssen die Epidemie in der Mother Base stoppen. Wir müssen die Epidemie in der Mother Base stoppen. Die pathogenen die durch die Mother Base spürt. Was ist deine Meinung? Der Textbuch wird die Figur an. Die psychische Schädel verbinden, der Schädel verbinden, die Schädel verbinden, und Budget zu dieser Falle, die 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 Geschädel verbinden, Das ist die Kekongo. Das bedeutet, ein Kekongo-Kekongo-Kekongo-Kekongo-Kekongo-Kekongo-Kezung. Das ist eine Art von Parasiten So how do we keep them from becoming symptomatic use this a type of Wolbachia introduced to a sample of the parasite the parasitic bacteria that colonizes the parasites turning male to female and preventing copulation you must cultivate more Oh cool Haben wir es jetzt geschafft oder? Thanks to Code Talker we've managed to put a stop to any new vocal cord parasite infections we couldn't save those already symptomatic but everyone who survived has been released from the quarantine platform Skullface will pay for this Wahnsinn also wie episch die das immer machen ne so wie sie die ganze Stimmung mit der Musik etc. mit den Bewegungen wie die das immer so richtig einfangen können Hideo Kojima also echt geil gemacht und es geht weiter ja euer DEB Metallic Archaea Sahelantropus, wo ist er? Was? Wir müssen이 themen bevor jego plan zu Ende Sahelantropus ist der letzte geteignet W-W-W-W-What are you talking about? If the Soviets break out a mobile, controllable nuclear weapon, East-West Relations will be right back at the Cuban Missile Crisis. The Cold War returns to life. As countries without nuclear arsenals line up for what Skull faces on. Nuclear weapons proliferate overnight. And on the brink of annihilation, the world maintains its balance. But we know this is all just a shield, a ruse. The cleansing parasites are what matter most. A WMD to eclipse even nukes, and the only one that can still be used. Skull faces the world's greatest threat, and Zeros. The pieces are in place. All there remains is to unveil Suhalanthropus in Afghanistan. They can't activate it without me. Madeleine. Oh. 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 Oh, KB-Zero! Silanthropus ist außerhalb der Sovjet-Base-Kamp. In einem Lab gebaut von Sovjet-Filosophern. Das ist das, was du recherchst. Aber ich habe keine Ahnung, wie er es kontrolliert. Es war nicht so, um einen Piloten zu unterstützen. Nein! 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 W-w-w-w-w-w-w-w-w-wait! Wir haben ein Wort aus Afghanistan. Alle in der Basekamp-Soviet sind tot. Keine Ahnung von Kampf. Parasite. Skullface's men then headed north. The target is OKB-Zero. That's where I'll activate Sahelanthropus. Unless we stop him, he'll go down in history of conquering Victor. We can't let that happen. Wipe him out. Don't leave any trace of his existence. I'm gonna need backup on this one. Your rendezvous on site. Und we can't let that happen. Alter Schwede! Also, jetzt geht's doch langsam richtig ans Eingemachte. Oder bilde ich mir das ein? So, Erzettler, 51% haben wir Kassette erhalten. Da haben wir einen Haufen Kassetten erhalten. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Ich glaube, da werden wir nächstes Mal nur Kassette erhalten. Neue Mission auch noch hinzugefügt. Liebe Freunde, ich mache hier eine Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Fast 40 Minuten heute geschafft. Wie ist das noch? Und ja, wünsche euch noch einen schönen Tag und bis morgen. So, let's play Metal Gear Solid 5. The Phantom Pain. Macht's gut. Servus. Servus.